So, der Jubel ist groß, der Antrittsapplaus für ihn, für Michael Jung, jetzt hier mit seinem Sportsman. Der Jubel ist groß, der Antrittsapplaus für ihn, für Michael Jung, jetzt hier mit seinem Sportsman. Das war nicht nur alleine der Antrittsapplaus, der schon besonders war vom Publikum her, vom im Übrigen sehr, sehr emotionalen Publikum immer. Und ganz, ganz wichtig ist die Kurve hier direkt unter uns. Die sind normalerweise ganz große Kertian Brücheng-Fans, weiß gar nicht, aber wie wir jetzt auch mitbekommen haben, darüber hinaus auch ganz, ganz große Michael Jung-Fans.